Hallo, ich bin Erreit Schak, hier Mittelfeldspieler und wir haben vier Sterne. Ich bin Dominik, ich bin Sechser und ich bin der, der mit dem Ball tanzt. Ja, hallo, mein Name ist Ralf Pantelmann, ich trainiere mit Jörg zusammen die Zweite Herren dieses Jahr. Und ja, mein Ziel ist natürlich die Lade zu treffen, damit ich nicht blamier vor den Jungs hier. Ralle, 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 Ralle! Hi, mein Name ist Michele, ich bin Zehner und wenn ich mich treffe, liegt es auf jeden Fall am Ball. Hallo, ich bin Pascal Hagen, ich spiele Innenverteidiger und den haue ich jetzt an die Latte. Ja, moin, mein Name ist Tolga Cilic, ich bin Verteidiger und ich haue alles hinten um. Moin, ich bin Pascal, ich spiele im linken Mittelfeld und der ist für Carlton. Max, links Flügel, time to smash it! Hallo, ich bin Saji, ich spiele im Mittelfeld und so gut will treffe ich. Hallo, ich bin Ibrahim Bah und ich bin rechter Verteidiger. Ja, werden wir jetzt sehen. Vielen Dank! Ohhhh!